Und zurück zu Uncharted 4. So, in der letzten Folge haben wir uns bei unserem Bruder getrennt, also weil er ist getrennt, er untersucht den Einturm und wir sollen den anderen jetzt untersuchen und jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Wir sind auf jeden Fall jetzt in so einer kleinen Stadt oder sowas. Schaut auch richtig nice aus. Okay, mal schauen, was wir jetzt hier machen müssen überhaupt. Gehen wir jetzt mal ein bisschen nach die Häuser hier. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Okay, hier können wir nicht hoch. Darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir in die Stadt kommen. Können wir hier denn machen? Kuh streicheln oder was? Ja ihr, habt ihr einen Piratenschatz gesehen? Nee, nicht. Sorry, ist so ungerecht. Oh Mist, tut mir leid. Hier, ich helfe Ihnen. Ganze Gentleman. Nein, geht aber weg hier. So, der Turm. Der da wahrscheinlich. Okay, dann haben wir schon mal unsere Ziele. Hey, was machst du denn hier? Let's go with. Mal schauen, was ihm irgendwie durchkommt. So, jetzt sind wir in dem Turm. Dann können wir wahrscheinlich nicht reinkommen. Hey, na bitte. Das war klar. Verschlossen. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Diskret. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon. Hey, schau mal dran. Das Fenster da drüben ist kaputt. Hey, komm. Okay, wie sollen wir jetzt? Warte mal. Hey, Sully. Ich glaube, wir kommen hier durch. Das sollte gehen. Oh Mann. Da geht's tief runter. Alles klar dahin? Weil ich dir halt rausklettern kann. Oh, ich mein's. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Okay, dann rein da. So. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Wow. Der ist ja viel besser ein Schuss als die anderen Türme. Edward Englands Siegel. Wie es auf der Karte stand? So, wonach suchen wir? Gute Frage. Okay, schauen wir mal. Gehen wir mal hier durch. Das sollte eh der einzige Weg sein. Oh mein Gott. Ja, pack mal rein. Na, wollen wir wetten? Ja. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Doch. Wir haben die großen Kohlen. Tierkreiszeichen. Ey. Da ist eine Höfe. Na. Gute Stierung. super das ist definitiv dort das kapion wasser mann löwe stier wasser mann löwe stier 1 2 3 4 ok die statuen erschienen in folgende reihenfolge skorpion wasser mann löwe stier ok müssen wir glaube ich die skorpionsglocke zuerst leutnant scheint dann schauen wir hier hoch können irgendwie wieder hochkommen ok das ist jetzt gleich zurück können wir uns da festhalten ich habe keinen plan und so waren auch siemals alle die uhr geht nach bleibt nicht in den zahnrädern da oben hängen jetzt da geht es hoch ich muss praktisch pendeln ok verstanden wow ja wenn er jetzt hier runter fallen würde dann kommen wir da gar nicht mehr hoch so ok dann gehen wir mal hier hoch was ist jetzt das hier ja das ist falsch der löwe das dürfen wir jetzt nicht machen skorpion wassermann löwe stier skorpion ok komm 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 zieh ok skorpion ist der erste da skorpion ja 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 da ist der wassermann ja das ja 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 das das ja 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 Zwei geschafft! Zwei übrig, Junge! Okay, Löwe und Stier. Was war das da oben? Das war der Stier. Löwe war da unten, glaube ich. Oh, der blöde Löwe. Oh, jetzt wahrscheinlich haben wir der Löwe. Oh. Ich muss an diesem Gewicht hochfahren. Ah, da ist der Löwe, okay. Okay, da ist der Löwe. Löwe, hör doch mal was mit einer hier bei Löwe. So, jetzt ist der Stürf. Ah, der Stürf da oben, okay. Der Stür war da drüben, das heißt ich muss hier wieder rauf. Oh, oh. Oh, oh. Und hier rauf, komm. Okay, Stier, letzter. Stier, die Schlimmsten. Ja, danke. Der Stier ist offen und Averys Siegel ist am Boden erschienen. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Warte, ich geh da rauf. Okay. Jetzt geht's. Okay, das heißt wohl, die große Glocke läuten. Schnell weiter. Woah, woah, woah. Oh. Hat Spaß gemacht. Den kann ich an der Uhr. Alter. Alter. Okay, da komm ich nicht, aber da muss ich hier raus vielleicht. Oh mein Gott. Okay. Versteh, muss die Uhr so drehen, dass ich da hoch kann. Okay. Bisschen noch. Okay, das müsste reichen. Oh mein Gott. Ah, die Assassin's Creed hier. Oh, da werden wir hier. So, schauen wir mal. Das müsste sie irgendwo hier reingehen. Ah. Okay, Sani. Das wird alles zusammenbrechen. Na toll. Oh, nee, ich muss da pendeln jetzt, oder? Oh, nee. Oh, nee, ich muss da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Woah. Ich werde sterben. Boah, krass. Boah, Sully. Boah. Oh, scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Kann man wohl sagen. Keine Ahnung. Bei dir? Taub. Komm, mal sehen, was Avery für uns bereithält. So, und was Avery für uns bereithält, das schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein Abo. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Andi.